Paolo Duga, Ambre hat gestern kein Spiel gehabt, dafür heute auch noch ein Heimspiel. Man hat also mehr Zeit in dieser Woche. Wie konnte man das im Klub nutzen? Wir hatten sicher einen Tag mehr Erholung als Davos. Wir hatten mehr Training in den Beinen. Ich würde sagen allgemein, vielleicht haben wir Anfangsspiel ein kleines Nachteil, wie sie im Rhythmus sind. Aber über die Länge des Spiels haben wir einen Vorteil. Sie haben schon ein Match dabei, von gestern. Sind Sie persönlich froh, auch vielleicht im Umfeld mit dem neuen Stadion, wo es noch viel Arbeit gibt, dass wir mal einen Tag mehr zur Verfügung haben? Ja gut, Arbeit gibt es immer. Und noch lange ist nicht alles fertig. Aber als Sportler, als Wettbewerbteilnehmer, ich wünsche mir, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Und das finde ich nicht immer optimal. Logisch, wir sind 13 Mannschaften. Einer muss pausieren, oder? Aber ja, rein physisch haben wir heute ein kleines Nachteil gegenüber Davos. Und dann nach, man wird kein Mitgefühl haben mit Davos, denke ich. Nein, über die ganze Saison tut sich ausgleichen. Einmal ist es ein Vorteil, einmal ist es ein kleines Nachteil. Alles kalkulieren, kannst eh nichts. Und ja, ich glaube eben, über die Länge ist sowieso alles ziemlich ausgleichen. Dieじゃあ? Die dann? J twenty, zwei. Das war erst mal ein Dauch.